Hey, weck Billy auf! Ich muss ihn zur Arbeit bringen! Na los, steh auf, mein Junge! Mach schon! Hoch mit deinem Arsch! Steh auf! Ist okay! Der Kleine fliegt gerne! Das ist der neue TDI Motor von Volkswagen. Damit können Sie im Golf, im Vento oder Passat mit einer Tankfüllung mindestens 1400 Kilometer weit fahren. Das heißt, Sie fahren und sparen und sparen und sparen. Und das Schönste, beim Kauf sparen Sie auch noch 1000 Mark. TDI, das neue Wirtschaftswunder von Volkswagen. Sie sparen und sparen und sparen und sparen. Ricola! 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 13 Kräuter aus der Schweiz tun so wohl bei Hustenreiz. Ricola, Schweizer Kräuterzucker. Tetra Pak. Irgendwie clever. TDI, das neue Wirtschaftswunder von Volkswagen. Sie sparen und sparen und sparen und sparen. Eine Tasse Jakobs-Kaffee. Kaffee mit Nibu. Jakobs-Kaffee. Wunderbar. Jakobs-Kaffee. Ein Stück Deutschland hat Geburtstag. Und Sie sind eingeladen. 99 Jahre Jakobs-Kaffee. Wunderbar. Oft werde ich gefragt, was tun bei empfindlicher Haut? Sie braucht die Pflege einer Lotion und das Pure eines Gels. Der neue Nivea Body Balsam hat beides. Er ist pflegend wie eine Lotion und pur wie ein Gel. Neu Nivea Body Balsam. Pure Pflege für empfindliche Haut. Neu Nivea Body Balsam. Neu Nivea Body Balsam. So kann mit Eis. Atem frisch in deinem Nice. Wunderholen Nice, frische Bonbons, ohne Zucker. Fix Apfel. Der Apfel, der sein Bestes gibt. Vom Tee-Kanne für Tee-Kenner. Nichts ist mehr so, wie es mal war, das neue Ajax ist jetzt da Ja, Ajax mit der neuen Autoaktiv-Formel löst den Schmutz schon vor dem Wischen Das ist strahlender Glanz im Handumdrehen, ganz ohne Nachwischen So ist Ajax Autoaktiv Mehr Sauberkeit, mehr Gerechtigkeit Die Welt ist schön für gesunde und aktive Kinder Und um aktiv zu sein, brauchen sie eine Menge Vitamine Und die sind in Nimmzwei So naschen unsere Kinder Bonbons, die sie mögen und Vitamine, die sie brauchen Nimmzwei, Vitamine und Naschen In Projekt X kannst du entdecken, dass der höchste Berg der Erde unter Wasser liegt Wie ein Raubfisch aus 800 Metern Entfernung Blut riechen kann Dass manche Raketen mit mehr als doppelter Schallgeschwindigkeit fliegen Und warum einige Fische giftiger sind als eine Kobra Zu jeder Ausgabe gehören Bastelbögen, Experimente und Poster Startpreis Ausgabe 1 nur 90 Pfennig Projekt X, das Abenteuer Wissenschaft Also ein richtig guten Geflügelsalat gehört Sardes Geflügel Frische Champignons Sonst noch ein Wunsch? Ja, mit Mandarinen Und 40% weniger Fett Du darfst mehr Genuss pro Kalorie Schmutz und Ölrückstände gefährden unsere Natur Deshalb ist die Autowäsche selbst auf Privatgrundstücken fast überall untersagt Bei Lea können sie ihr Auto mit gutem Gewissen waschen Ist doch auch viel bequemer Und was können wir für sie tun? Jakobs Café hat es entdeckt Das Mildor Hochland Nur hier in diesem besonders milden Klima Reifen die Bohnen für einen großen milden Kaffee Mein Mildor Mein Mildor Nur von Jakobs Café Mein Mildor So hoch das Land So mild der Kaffee Paradise Beach Täglich ab in die Sonne An einen traumhaften Schauplatz Mit neun fantastischen Stars Ingo Rademacher Megan Connolly John Bennett Kimberly Joseph Und John Holding Hello Boys Join us on Paradise Beach Only on RTL Paradise Beach Montag bis Freitag 10.30 Uhr Neu bei RTL Montagabend bei RTL Erleben Sie um 20.15 Uhr die Flodders Und wie sie nach ihrem großen Erfolg Die Berge von Fanpost bewältigen Und danach Al Bundy Wie er ein neues Leben beginnt Und seine arme Peggy einfach sitzen lässt Direkt im Anschluss die Wache Kann die Polizei den Selbstmord einer jungen Frau noch verhindern? Um 22.15 Uhr Tag X Das Thema Die Hinrichtung Ein Deutscher in der Todeszelle Der neue Montag Ab 20.15 Uhr Familienspaß im Doppelpack Für Spannung sorgen die Wache um 21.15 Uhr Und danach Peter Klöppel mit Tag X Bei RTL Ich will sofort runter Hörst du? Guten Morgen! Na, wie fühlst du dich, du nasser Sack? Ich bin jetzt bist du Man! John!